Am Mittwoch findet die konstituierende Sitzung des neuen Nationalrats statt. Bis zum Montagnachmittag war bei der Wiener Landeswahlbehörde keine Verzichtserklärung eingegangen, weder von Philippa selbst noch von ihrem Anwalt. Die FPÖ Wien soll sich bis zuletzt noch um eine alternative Beschäftigung für Philippa bemüht haben. Auch Straches Anwalt Ben Irle konnte bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe keine Auskunft dazu geben. Er hatte aber im Vorfeld angekündigt, dass, sollte sie verzichten, sie bis zum 22. Oktober eine Erklärung dazu abgeben wird. Inzwischen könnte es aber auch sein, dass die Entscheidung überhaupt erst unmittelbar vor der Sitzung fällt, ist aus ihrem Umfeld zu hören. Die Entscheidung fällt der ehemaligen Tierschutzsprecherin der FPÖ sichtlich nicht leicht. Sie soll sich nach den Turbulenzen seit Ibiza nach einem ruhigen Privatleben mit ihrem Sohn Hendrik sehnen. Heinz-Christian Strache soll Philippa aber eher dazu raten, das Mandat anzunehmen. Nachdem die FPÖ die HC Strache Facebook-Seite offline genommen hatte, stehen die Zeichen auf Revanche. Zieht Philippa Strache ins Parlament ein, nimmt sie die FPÖ nicht im Klub auf. Sie würde als wilde Abgeordnete in der letzten Reihe hinter der SPÖ sitzen. 5 6 80 12 18 18 18